So, willkommen zurück zu Sonotik, Deathmatch und wir beginnen. So, dann fangen wir mal an hier. Na, ihr schnaßt die Gegner hier. So, ab dich. So. So, Lämpchenergie. Uiuiui, er wird aber scharf geschossen. Tschüss. Tschüss. Noch mal hier auch. So, die Waffe werden wir behalten. In eine gewisse Zeit. Das sind keine Gegner, oder? Nein, sieht nicht so aus. Dann gehen wir nochmal nach oben. Ah, da hinten habe ich gar nicht was gesehen. Da gehen wir doch mal hin. Ah, hier. Ich muss das mal nachladen. Ja, danke. Okay. Oh, fuck. Aber wir schwollen von jemandem. Von mir jedenfalls nicht. Oh, Alter. Stellentfarnung funktioniert das doch nicht. Was ihr immer hier unten wollt, ne? Oha. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Hab dich. So, ich gehe mal hier hinten mal ausschauen. Vielleicht gibt es hier irgendwas Besonderes. Oha, Alter. Kommt da um in der Rakete an hier. So, guten Flug. Du willst auch mal fliegen? Aber jetzt nicht mehr. Jetzt wäre ich noch geflogen. So, erst mal ein bisschen sammeln. Einmal hier hoch nochmal. Ja, tschüss, Rakete. Erwischt. Cool. Haben noch einmal fliegen gelernt. So, schauen wir nochmal hier. Hallo. Und tschüss. So. Einmal Waffe. Einmal hier hoch nochmal. Prost. Danke für die Ankündigung. Ich weiß, wo du bist. So. Einmal springen und fliegen. Auf der anderen Seite rüber. Sag mal. Oha, ich muss weg. Ich muss mal dringend los, Leute. Ich muss aber nichts drüber irgendwie. Ich muss aber nicht drüber irgendwie. Da hat jemand eine Rakete gerade auf mich geschossen hier. Hopp dich. So, da kam ich einmal. Wie aus dem Nichts. Schießt gerade jemand. So, wo fänden jetzt eure Kämpfe statt hier? Da muss der irgendwo hier hinten sein. Ah, hier. Ich hätte vielleicht da nicht stehen dürfen. So, wir sammeln ja auch was nochmal hier. Damit wir ja vorbereitet sind. Wo schieße ich denn hin, sag mal. Müssen wir mal Zielen üben. Ja, das hätte jetzt in die Hose gehen können. Ja, sag mal Junge. Dann ist er aufdringlich. Ich hab das, die Waffen. Die Waffen wechseln, aber irgendwie ging das jetzt gerade, ne? Schade. Hätte ja was werden können. Ich behalte mal die hier. Ja, genau die ist besser. Der schießt doch hier. Ich krieg den dort drüben. Steht der bunte und fröhliche da drüben rum und ballert mich ja bloß. Oha. Und wo kam das denn jetzt? Muss man auf alles vorbereitet sein. Ja, sag mal. Es gibt echt Waffen, die zu langsam sind, ne? Zum Glück bin ich da rumgesprungen gerade. Das war ganz gut. So, ich glaub mal, der ist in Ordnung hier. Das ging ja gerade so gut. So, Lebensenergie. Oh, weiß ich, grad viel ist. So, Runde ist rum. Erster Platz, 13 Punkte. Und ich bedanke mich fürs Zusehen.